Sushi wäre schon geil ja. Wenn es wirklich richtig gut ist, schmeckt es echt gut. Du kannst ja meine Pech aus richtig Krötiges erwischen. Ja gut, wir haben ja hier in Edeka jetzt neu aufgemacht, da ist ja auch so eine Sushi-Bahme drin. Wurde die es auch frisch machen. So, ich bin jetzt bei zwei, ich wollte gerade sagen, es war jetzt... ... 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 ach ich weiß doch da kommt doch alle hinterher geschissen mit einheit ich mir gerne noch geholt dass wir zu den jungs das ist oder eine kamera noch irgendwo hinterher ich treffe treffer auf nichts und ich treffe noch nichts zwei weniger ich weiß was er fehlt aber mir steht auch der esch da rankommt was anderes habe ich mir geholt scheiße lock wieso spott ich eigentlich bei der eulen und meint er ja die ganze zeit gut Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habe ich was. An der Baustelle habe ich gerade weggewollt. Ach, schuldig. Hört auch, ob ich das Nerven gerade so ein bisschen... Jetzt habe ich schon was. Ja. Nee. Ja, tschau. Ja, rum. Ja. Ich habe auch ein Assist für gekriegt, weil es überhaupt der war für den Wagen. Das ist nicht wahr, der Jäger, der... Mit der Handfeuerwaffe, weißt du. Wieder Esch. Kommt Leute, wir haben noch 40 Sekunden, wir liegen zwei hinten. Drei. Es bleiben noch 30 Sekunden. Drei. Ja. Oh, jetzt ist weiter von uns. Yes. Boah, war auch schlecht. Ich stehe. Jetzt seid ihr alt. Ja. 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 Jetzt bin ich dann hier noch. Was für Kapkarren, Kopfbedeckung. Nehmen wir mal rauf. Wo ist so was? Ja. Warte mal noch rein. Ja, das ist ja so. Ja. Ja. Ja, da haben wir noch. Ja. 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 Oh. Oh. Ja, es hat noch. gut und haus auch überlegen naja mal schauen heute auf die reihe so kriegen vielleicht hier einen durchbruch haben wir nicht einen durchbruch oder so eine möglichkeit hier zu machen da wo ich gepinkt habe zwischen A und B würde ich sagen ja genau das war direkt die beiden das wäre nicht total toll sehr gut für der Fick und Sophia ja ein Gegner verbleibt ja 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 sie muss hier bei der Nähe sein ich habe hier was aufgehend hören wissen nur noch 15 Sekunden sehr gut gut ja ja leider weniger die frage ist ob es rechtzeitig war das könnte sein und wenn gegner werden gegner das toxisch ist krass aber die seite das hat ja mit 2000 ok dann ist das nur ein bisschen normalisiert dass es reinkommen naja ja glaube ich aber gerade so noch okay ich weiß nicht wie weit wie weit wie die grenze ist 120 glaube ich ist die meistens ja klar durch die zwei spieler jetzt die da neu reingekommen sind dauert das jetzt wieder ewig bis die da wie fertig sind na geht geht los ich glaube dieser brauchen wir keine rotation warum warum ich weiß sie da oben der kamera in würde frage ach so okay nee alles gut war war nur irritiert stimmt ja ja gut ich geht das ich habe also geht auf jeden Fall einer weniger nur ist doch mal wieder einer raus hier ist schon was vorbeigelacht hier ist der Levant der Boden ist gesichert nur noch ein gegen der Boden ist der Boden ist Was ist denn die auf der Treppe oder was? Ach da! Irgendwohin muss sie sein. Da auf der Ecke. Ah ok, ich habe sie nicht mitgeschnitten, dass sie schon drin war. Die sitzt in dem Gang davor. Also, ich habe sie nicht mitgeschnitten. Fünfzehn Sekunden noch. Sehr schön. Ja, sobald die fünfzehn Sekunden anfangen, kriegen die Muffen so aus und meistens. Wollt ihr mal Fios nehmen? Oder soll ich da nicht nehmen? Deswegen warte ich jetzt. Ja, alles gut. Zudem werde ich ihn nehmen. Nämlich Finca. Ja. Ja, es gut. Mit dem Bad. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und ihr Schärfziel. Haltet nach anderen Ausschau. Scheiße, da wo ich gerade gestorben bin, an der Tür, da ist ein Loch in der Wand. Die hauen direkt auf die Tür. Da steht die Forst. Überraschung. Mit freundlichen Grüßen. Schade. 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 Munition ist leer. Schade. 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 Du hast ihn in schärfer Fallen gelassen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Die Die 20 Sekunden. ja das war so viel verkehrt ist bei mich hat die frost geholt alles gut ist immer so ziemlich noch mal probiert das nehmen wir noch mal probiert vielleicht hast ja glück wir müssen eine bombe aufschwieren Na dann. Okay. habe ich hier und so ein zeugs können sie die japaner wenn die japanische restaurant geht oder so ist das sehr oft zum beispiel dass die auch am tisch ja das war schon so zu bereiten ist wirklich auch geiler ziehen jetzt richtig öffnen ach mann jäger sitzt oben ist der letzte die habe ich weg geholt Tschö, Joachim. Tschö. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Jetzt der Verbleibung, der Schärfer muss zurückgeholt werden. Eigener Trupp wurde eliminiert. Verteidigen können wir besser als vergreifen. Vergreifen haben sie es echt gut gemacht. Ja, ja, Verträger haben sie es gut gemacht. Mir geht die komische Katscha bei denen auf den Sack, weil der hier ist mal teambacked, das zweite Mal jetzt. Ja, mach doch. Aber man muss es so sagen, die haben Clever zweimal verteidigt. Eben mit der Frost, wo sie mich weggeholt haben, direkt am Eingang, wo die wissen, dass die reinkommt und oben der Jäger. Zehn Sekunden noch. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Die Wand ist verstärkt. Das war der. Jetzt hat sie doch teambacken müssen, so wie der. Gut verteidigt, würde ich sagen. Also auf jeden Fall können, die Gegner haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie besser verteidigen können, als eingreifen. Die haben zweimal die Verteidigung gewonnen. EOK. Was, also. Daher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017